Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious Samt 3. Ist das jetzt gar nicht so verkehrt. Dankeschön. So, ich weiß, es ist da gerade noch ein Chicken aufgeblockt, habe ich jetzt gerade noch nicht drauf geachtet. Ja, ja, wo... Ähm... Aber wir müssen uns mal hier ein bisschen Ruhe jetzt. Abgesehen von dir. So, ah ja, genau, hier wäre dann auch das nächste Secret. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch holen. Ja, da geht es erstmal nicht hoch, also müssen wir außen rum. Ah. Dann haben wir es direkt hier unten. Das stimmt. Ähm, was ist jetzt gespawnt? Hier nix, ne? Ah, hier. Dann gib ihm. Oh. Ich schätze mal, sie sollen dann hier mal in Deckung gehen. Ja, sehr gut. Zu schnell kann sich das ändern. Das stimmt. Äh, Sonne. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Dinger so langsam sind. Ah, okay. So. Okay. Kleinvieh. Wusch. So, weg mit euch. Okay, ihr habt noch nicht so viel abgekriegt. Tschüss. So, aber die haben wir. Gut, Nummer zwei auch. Ja, ich glaub, ne? Sehr cool. So, dann gibt es noch ein bisschen mehr Sturmgewehr. Paketen haben wir ja voll, soweit. Das auch. Schön. Cool, cool, cool. Ah, hier gibt's auch noch mal Raketen. Wenn man die Stellung wechselt. Gut. Ähm, müsste hier draußen noch einer von den Dicken sein? Ja. Ich mein, wenn wir sie schon mal da haben, die Raketen, dann können wir sie auch ausnutzen. Hier nehmt ihr auch kein Ende. So, das wäre denn Nummer eins. Hm, war hier dann schon das nächste? Hm. Ja, ich glaub, das kommt ein bisschen später. Hier ist auch nix, wo ich irgendwie hoch könnte. Dann, Raketen auffrischen. Weiter geht's. Ah, hier könnte das, glaub ich, sein. Hm, hm. Okay. Hier gibt es ja teilweise alles von da. Und dann, wie übel ich wieder mit dem Rauch. Sehr viel Sicht, die mir genommen wird. Aber geht bis zurückziehen. Und dann kann man die einigermaßen erledigen. Oh, hallo. Ja, das war dann wieder zu viel. Da hinten war doch schon die nächste Waffe, sie ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich kann doch einfach reinschießen, irgendwas werde ich schon treffen. So, komm her. Ah, ich wollte das nicht hier rum. Du bist im Glück einigermaßen alleine. Das ist schon mal sehr hilfreich. Wie gesagt, hier hört einfach nicht auf. Oh. Das sind aber die Kleinen, ja, okay. Das ist schon mal sehr. Ja, okay. Das ist ja okay. Das ist ja okay. Sehr schön. Hat das ja doch noch funktioniert? Okay. Ah, da ist ein großer. Na gut. Da würde ich mich da mal ein bisschen näher einen Weg geben. Da müsste das, glaube ich, sein, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Jetzt ist ein bisschen mehr. Vielleicht gut, dass ich die Explosiven vorher weggeschockt habe. Obwohl die ihm bei Augen zu schaden. Ah, da gibt es ein Miniger. Wie es so aussieht. Sehr schön. So, vielen Dank. Dann schauen wir mal hier. Ja, okay. So, weiter geht's. Ah genau, hier ist der Helm und da müssen wir dann hinten hoch. Gut. Wie ist das, was ist das denn für Munition? Dann halt so. Dann halt so. Kann man nicht übersehen. Oh. Okay, da nicht hochspringen. Oh genau, glaube ich einfach hier, ne? Ja. Ja, ich bin zu ungeduldig für so Sachen wie üblich. Plattformen. Ich hasse es wie die Pest. Nein, ich kann einfach normal laufen und da ist dieses Geruckel und Gewackel von dem Wurm, was mich hier runterspeist. Okay. Danke. Sehr freundlich. Das würde ich natürlich auch nochmal speichern. Okay. So, das letzte. Hm. Cool. Wahrscheinlich da drin irgendwas, ne? Jo. Ich glaube, hier draußen dürfte auch maximal Munition sein, ne? Äh. Ja. 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 Ich glaube, es kommt doch was von draus. Ja. Zeig dich. Der ist verwundbar. Oh Gott, noch ein Heli. Na toll. Spiel, du bist so unglaublich instabil gerade. Warum? Also, ich weiß warum, aber funktioniert doch bitte mit dem verdammten Trainer. Gut, gut. Weiter geht's. Ich kann mich, glaube ich, oder ich weiß nicht, soll ich mich schon mal reinbewegen? Gut, 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 gut. So, mit Minigun. Ja, ist er. Hm. 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 So, die passt doch mal weg. Das glaube ich gar nicht, weil Jedi mal ein bisschen zu ignorieren gerade. Geht es halt nicht so viel auszumachen? Guck mal, kann ich auch Beißt halt aus im Gegensatz zu mir Danke So Eklige Kombination wieder So, gut, die haben wir uns schon mal Geschädigt, soweit Und jetzt kommen halt noch Kabikaze-Typen, die kann ich hier auch nicht gebrauchen So So, das war's mit euch Ja, Mist, die lebt ja auch noch So, schaltet ihr euch mal schnell aus Ja Mit dem Picker Ähnlich Ja, die Kombination mit mir die Steuerung wegnehmen Und sich selber wegteleportieren Und wundbar sein Unschön Das ist halt echt super eretzend So Das hat zum Glück gereicht Nichts zu erledigen Hey Macht das eigentlich Schaden? Nein Ich glaube, du scheinst gerade ein bisschen verpackt zu sein Das ist praktisch Sehr cool Gut, haben wir dann hier noch was? Ja Hätten wir tatsächlich Warte mal So Und zwar hier drin Aber Das würde ich dann gleich mal in der nächsten Folge angeben Ich danke fürs Zuschauen Hoffe, ihr hattet Spaß Ich hoffe, das Spiel wird es wieder etwas ruhiger Äh, etwas stabiler Und ähm Wir kommen besser voran Bis dahin Danke fürs Zuschauen Macht's gut Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.